Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Dark Souls. Mit mir von der Gameplay ist als Hobby und hier sind wir stehen geblieben. Ratlos wie eh und je und wir wissen gar nicht wo wir lang müssen. Wir schauen einfach mal und klopfen uns hier durch. Komm her Big Friend, hau einmal zu, damit ich zuhauen kann. Sehr schön. Ha, ha, ha. Ja, ich hau zwar ein Zeitluge, aber ich hau schneller ein Zeitluge. Kramut. Okay. Irgendwo sehe ich noch hier auf beide Flüge. Ach, da geht's runter. Kann ich mal aufhören, hier lauter Wege zu ergeben? Auf ein Open World war ich jetzt nicht gefasst, irgendwie. Wen oder was, der wartet mich hier unten? Aha. Da wartet schon einer, das sehen wir uns. Okay, der kann es einfach mal so zetappen. Wer steht denn hier? Vor dir Falle. Echt jetzt? Das ist doch keine Falle. Wer macht denn so einen Hinweis? Das hat man doch folgendes sehen, dass da einer dahinter war. Okay, ich würde sagen, ich meine, das Spiel ist alt. Sehr alt. Kann ja nicht gut sein, dass das damals wie eine Falle wirkte. Oder wie so einen kleinen Schockmoment machte. Was machst du denn? Ein Händler oder so? Nun, du siehst, du hast deine Wünsche über dich, hm? Dann bist du ein willkommener Kunden. Ich trage mich für Säulen. Alles ist für Sie. Was hat denn da so für Gegenstände? Die Reparaturpulver. Repariert in rechter Hand ausgerüstete Waffe. Die gehen kaputt. Okay. Ach, guck an. Ich habe eine Belastung von 32.0. Wie viel kann man als Belastung haben? Ich habe keine Ahnung. Wurfmesser, Brandbomben. Als Teil des Mannes blockiert bedingt Estus-Regeneration. Haha. Ein getrockneter Finger. Sollte nur mit äußerter Vorsicht angewendet werden. Okay. Orangener Führungsspeckstein. Oder Orangener Führungsspeckstein. Nachricht überfassen, ansehen, bewerten. Ach ja, okay. Öffnet Anwesen der Stadt der Untoten. Bodenlose Kiste. Der Inventarverwalter am Leuchtfeuer. Besitzt Null von diesen Schlüsseln. Oh, die Keule ist stärker als meine jetzige Waffe. Und verstärkte Keule noch stärker. 97. Hat aber Belastung 4. Und weniger Rüstung aus. Sie hält weniger aus. Kein Schimmer, ehrlich gesagt. Hier können wir uns Rüstung kaufen. Jetzt habe ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Anzeige umschalten. Wo kann ich sehen, wie es bei mir momentan aussieht? Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt mal Kopf, physische Abwehr 12. Ich muss leider gucken. Es tut mir leid. Ich muss hier erstmal irgendwie reinkommen. Es tut mir echt leid. Oh, die Sachen sind auf jeden Fall besser. Robustheit 381 von 400 sehe ich gerade. 381 von 400? 381 von 400? 381 von 400? 391 von 400? Okay. Oh, du wieder. Ich hoffe, du hast viel Sonnen gebracht. Ich habe Seelen dabei, aber ich will lieber verkaufen. Oh, man kann nicht verkaufen. Hat er nicht... Hat er nicht... Hat er nicht was gesagt davon, dass man irgendwie was tauschen kann? Äh, ja genau. Ich kann mich vielleicht auch was anbieten und dafür Seelen kriegen. aha jetzt bin ich glaube ich hier unten wo ich hätte runter hüpfen können wo komme ich hier schwurfmesser jetzt bin ich hier hier ok ja wenn ich das meine hüpfen drauf wird dann würde das ja auch funktionieren geschafft pass auf gegenstand dahin kommt er dann wohl wieder hoch ja gut dann gehen wir jetzt noch mal da ganz runter und fallen da mal runter einfach nur weil wir es können ich habe ja auch keine ahnung wo ich hier lang muss was ich zu machen habe eine große see da da hängen die da einfach mal so rum dann können wir die standardbolzen nutzen ich wollte jetzt eigentlich aber nur die wurfmesser irgendwie nutzen leckt mich doch um euch hier bin ich glaube ich falsch gebt mir leben wenn ihr das können ich weiß es kann aber ich merke gerade das schlagen kosten bei mir auch voll ausdauer wo bin ich was mache ich eine verlorene seele keine ahnung wie wir wieder da hoch kommen scheiße ich wusste es war ein federion dazu also wie gesagt ist es ist ein first play ich kenne das spiel nicht ich habe es vorher noch nie gespielt ich habe mir auch keine gameplays angeguckt von daher habe ich keine ahnung pass auf hinterhalt ja ich die habe ich ja schon alle an der wand hängen sehen so der schon mal weg der auch und der mir noch einen auf die glocke abfall wo wie geil ist das denn ihr seid für mich auch abfall wo geht es nach unten hin kann man da runter wo habe ich denn die sehen jetzt ok wo habe ich die sehen jetzt hier sind bestimmt von den zwei die ich da runter geklopft habe aber da man da was sehr wahrscheinlich wohl nicht runter kann habe ich sie gerade bekommen weil ich da am rand stand aha jetzt sind wir wieder hier da können wir dann runter ich höre immer noch jemand rumlaufen menschlichkeit die würde ich gerne im real leben auch gerne mal finden zu glück war schneller wo kam der eigentlich her da unten kam ich doch schon mal her so das heißt unten waren wir jetzt auch jetzt sind wir wieder hier also geht es wirklich tatsächlich hier weiter da nicht sehr schön ich renne jetzt extra hier nicht durch also wundert euch nicht dass ich so langsam hier bin ich will mir halt auch alles angucken weil ich das spiel wie gesagt nicht kennen alter schock mich doch nicht so ich nehme an dahin geht es weiter dann gehen wir erstmal hier hin Achtung Glück viel Erfolg wie kann man speichern nehme ich an aber dann sind die ganzen gegner glaube ich auch wieder da so aufsteigen was können wir aufsteigen schwitalität kondition wäre eigentlich gar nicht mehr so verkehrt belastung können wir als bis 50 gehen sehe ich für noch einmal brauche ich mehr seelen ok achso mehr geht nicht nehmen wir mal kondition kondition verlassen weiter ändern anzeige umschalten anzeige umschalten das kann man nicht aha können ja eh nichts mehr machen was heißt aufsteigen achso was ist eid der weiße pfad ich habe diesen alt bereits geleistet ok entfachen aushöhlung umkehren keine menschlichkeit habe ich nicht irgendwie die menschlichkeit eingesammelt das speichert ja ab hier ne soweit ich weiß ich habe glaube das speichert ja dann haben wir jetzt auf jeden fall wieder mehr leben das ist doch schon mal gut tja da kann man nicht hoch damit sicher soll mir hoch da kommen aber in der team also nett dass ich wüsste hier gibt's blutfleck da ist jetzt nur die du komische frage warum da ist runtergefallen also ich hatte recht die gegner gibt es wieder ok darunter müssen wir jetzt nicht nochmal die habe ich ja jetzt eigentlich schon alle aber gut er möchte noch unbedingt hinterher ja ich möchte unbedingt hinterher sterben wer wüsst ah ok 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 da war ich nicht zu langsam gehen wir trotzdem weiter, dann gehen wir nochmal aufsteigen wir haben jetzt wieder genügend See lässt sich von dieser Seite nicht öffnen was ist da ach so schließen Achtung links, was soll das sein die schreiben echt tolle Nachrichten gut Achtung links, dann gehen wir mal nach links ne, schau mal nix und hier haben wir oh, ne wunderbare Truhe was haben wir denn hier? schwarze Feuerbombe als ob ich damit was anfangen könnte jetzt sind wir noch ein Versteck nö, ok oh Höhenkrieger Lenden Tuch, oh cool kann ich endlich mal wieder duschen gehen die kann ich auch ganz gewiss raushüpfen ist hier nur die Frage ok, ne, raushüpfen ist wohl doch nicht wir versuchen es nochmal nein, raushüpfen ist nicht so, ja, her damit ich hab's vergessen zu drücken da haben wir ein paar Leute Alter, wo kamen die jetzt alle her? ach, die können auch die Trämpel hoch na super damit sind alle unsere Seen wieder weg die wir jetzt natürlich wieder einsamen müssen aber der Tag endet wieder hier wir sind bei unseren 20 Minuten angekommen das war Dark Souls heute wieder mit mir von Löher, GameBlessers Hobby wenn es euch gefallen hat ihr dürft mir gerne Daumen oben geben und ein Abo und wenn es euch so gut gefallen hat dass ihr natürlich mich auch unterstützen möchtet habt ihr die Gelegenheit den Kanal beinahe bei mir danke auf jeden Fall und auf Wiedersehen bis demnächst wieder oder auch bis anderen Let's Plays Tschüss